Vögel wie nachdem um Futter anbäckten, aber man hört ja noch später, wenn sie dann fliegen, hören wir auch immer wieder, dass sie sich gegenseitig anbäckten. Sie müssen einen grösseren Kreis machen, dass sie hinterher auch noch etwas sehen. Man muss jetzt einpacken, damit sie wieder Ruhe hat und dann nachher geht es gleich los. Das ist jetzt. Daher kommt jetzt da einer. Ich weiß nicht, ob das...